So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Aura PvP Classic Mode auf dem Guma HD Server. Junge, du hast keine Rüstung an. Und wie es aussieht, gehen da zwei Leute hoch zu Zom Bay, das ist auch cool. Voll Idiot. Okay, geht jemand in die Arena? Nee. Sieht nicht so aus. Schade. Ach man Leute, müsst ihr da hochgehen? Oh, gehst du in die Arena? Oh ja. Wir gehen hinterher. Uiuiui. Das war knapp. So, Bro. Und in die... Oh, Lava. Ja. Nice. Und tschüss. So, das war der. Entschuldigung. Äh. Ja. Wenn man hier in die Arena geht, dann kann man schon relativ schnell sterben. So, ich habe gesehen, dass jemand da oben hingegangen ist. Dem werden wir jetzt mal auf die Eier gehen. Ich habe aber auch echt Glück gehabt, wie ich den getroffen habe. Oh, der eine scheint ziemlich zu lecken. Der kann... Katz... Achso, Kors einem Ziege. Okay. Ach, Bro. Tschüss. Warte auf mich, Totenkiller. Tschüss. So. Das war Totenkiller. Wo sind die nächsten? Äh, da ist der nächste. Komm, komm. Wir gehen mal spazieren. Und Fehler von dir. Und tschüss. Nicht gerettet. Nicht gerettet. Ach, Mann, Leute. Müsst ihr immer weglaufen. Ich verstehe euch nicht. Oh. Hä? Oh, okay. Okay. Was war das jetzt? Hä? Ist hier oben jemand drin gestorben? Nein. Schade. Ich habe auf Items gehofft. Ich habe gesehen, dass er hier gelandet ist, aber ich weiß nicht, wo er dann hin ist. So, gucken wir mal. Ich sehe eine Angel. Huch. Wir setzen einfach mal Creepy dazu. So. Wir gehen einfach mal hinterher, ne? Irgendwenn verhauen wir jetzt. Und zwar ihn hier. Wer nimmt seine Angel? Das ist nett von ihm, aber... Er hat halt schon vorher ordentlich Schaden gekriegt. Alter, du. Lacker. Oh. Nein. Au. Das war nicht so schlau. Okay. Er dachte jetzt, dass er da unten rauskommt, aber... Ich will jetzt halt auf ihn gehen. So. Ich habe gesehen, wo er hin ist. Wir folgen ihm einfach mal. Habe ich das Gefühl. Na, na. Schade. Bring dich ruhig selber um. Tschüss. So. Und das war der. Das war gut rausgespielt, glaube ich. Also gefühlt bin ich diese Runde ganz gut unterwegs. Ja, jetzt haben wir natürlich noch das Problem von dem Spasti, der da oben drauf sitzt. So, äh. Wer ist die Arena? Wo ist die Arena, wenn man beim Ender-Portal runter geht? Da ist jemand gestorben. Okay. Wir gucken mal. Da unten steht auf jeden Fall jemand. Stehen sogar zwei. Oh, nice. Tschüss. Hinterher. Nö. Wir hoffen mal, dass der runterkommt wieder. Hallo Koss, I'm Gamer. Äh, nee. Crazy Gamer. Entschuldigung. Ich bin die ganze Zeit bei dem lagenden Typen, der leider schon tot ist. Ja, ich würde auch erstmal direkt gucken, was für eine KD ich habe. Jetzt komm her. Ich will ihn nicht so einfach nur töten. Darf ich jetzt? Äh, go. Oh. Na super. So will ich eigentlich nicht sterben. Na komm. Erstmal was essen. Ich hatte gerade irgendwie Pech so ein bisschen. Hey. Du bist gut. Aber ich war nur kurz in der Lava. Das sollte kein Problem werden. Wir trinken mal eben. Ich muss erstmal reinfinden wieder in den Gegner, der gut ist. Aber das war wohl nix. Ich schreib ihm mal GG. Gucken wir mal, ob jemand runterkommt. Kommt wohl nicht. Ja, ich frag mal, wo seid ihr. Enderfire und Procraft. Oh, ich hab ne Schneeball gesehen. Und wo? Ich seh Schneebälle. Hä? Bin ich jetzt doof? Ich hab doch gerade einen Schneeball gesehen. Richtiger Asi. Alle beide. Wenn die wirklich die ganze Zeit auf den Turm rumgucken, dann sind das richtige Asis. Ich weiß auch nicht, wie weit ich jetzt schon wieder zu Ramsams schneide, weil sowas halt einfach nur nervig ist. Puh. Ach Leute. Es macht so keinen Spaß. Mit solchen Leuten, es macht einfach keinen Spaß. Die sollen das Spiel entweder richtig spielen oder gar nicht spielen. Ganz einfach. Ich mein, selbst wenn man nicht gut ist, heißt das doch noch nicht, dass man so spielen muss. Dann schiebt man halt. Jetzt eben kurz abwarten, wann er kommt. Er ist geflohen. Das war fast zu erwarten. Das war wirklich fast zu erwarten. Richtiger Lauch. Oh, schade. Ah, schade. Und tschüss. Richtiger Lauch, ey. Der ist aber auch irgendwo gelandet. Oh, ist das anstrengend mit solchen Leuten. Ja, wir gehen mal in die Arena. Gucken wir mal, ob jemand will. Mal gucken, wo der andere ist. Tschüss. Und tschüss. Oh, der hat mich gut gehittet. Und tschüss. Der rettet sich immer relativ gut. Bringt ihm nur nichts. Weil ich ihn halt tot prügeln werde. Na komm. Oh. Das war wohl nix. Ich habe auch nicht mehr viele Enderpearls. Das heißt, entweder tötet ich ihn jetzt oder gar nicht. Scheiße. Das war nicht so gut. Uh, das war knapp. Ich habe nicht mehr viele Enderpearls. Pearls vor allem. Pearls. Huch. Und tschüss. Wo hat er sich hingeworfen? Ach, jetzt steckt er da oben in der Lava. Und er brennt. Und er stirbt. Ah, dieser scheiß Camper, ne? Es kotzt mich so an. Letzten Affen. Kriegt auch keinen GG für. Genauso wenig wie der andere Affe. Ne. Es ist einfach nur nervig. Die vercampen sich eine ganze Runde irgendwo. Und dann... Ja, genau. Vieh können. Sind die behindert? Ach, Leute. Es ist so zum Kotzen. Warum müssen solche Leute Aucher spielen? Die sollen, keine Ahnung, mit Puppen spielen. Oder... Sollen sich Pokémon Go suchen. Dann kriegen sie wenigstens ein bisschen Bewegung. Und, äh, ja. Ich will nicht weiter rummeckern. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.